Kipbox-Kampf heute Abend in der Hohenecke vom XL3 gegen Christoph Gunnar. Kipbox-Kampf 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 Und weiter Handbein! Arme hoch! Arme zu! Arsch in die Regen! Geh in die Mitte! Hey! Und kick in die Beine! Und komm Kiss auf, komm! Kiss auf, komm! Geh nach vorne! Und ein Bein hinterher! Arme hoch, Christoph! Arme hoch! Christoph, Arme hoch! Geh nach vorne! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.